Neben vielen Möbeln fehlen auch noch schöne Details. Ein moderner Osmose-Wasserfilter wird in diesen Minuten aufgebaut. So kann Christel in Zukunft bedenkenlos ihr Leitungswasser trinken. Da wir die verlorene Zeit gut aufgeholt haben, ist noch eine Überraschung drin. Ein Osmose-Filter, der reinigt das Trinkwasser nach dem gleichen Naturprinzip wie Pflanzen, wenn sie Wasser aus der Erde ziehen. Ich habe eine Osmose-Anlage mitgebracht, damit man sein Trinkwasser zu Hause reinigen kann. Supersauberes, frisch gepresstes Wasser. Man hat auch die Möglichkeit, bei dieser Anlage verschiedene Blenden dran zu machen und auch passend zu den Küchen. Für die Küche hat sich Nina etwas ganz Neues liefern lassen. Hallo Mario. Hi Nina, grüß dich. Hallo. Das ist die Daniela Guti. Daniela, Mario. Hast du uns deine schöne Wasserfilteranlage mitgebracht? Ich habe heute eine Weltneuheit mitgebracht. Eine Weltneuheit? Das heißt, die erste mobile Membranfiltration, die es überhaupt gibt, ist noch nie vorgestellt worden. Ganz, ganz neu. Was ist das denn? Wie zu sehen. Kommt das hier wieder unter die Spüche rein? Nein, die braucht man nicht zu installieren. Die ist mobil. Ich fülle die mit Tee und vorne kommen nur Wassermoleküle raus. Das heißt, das Wasser ist gleich nicht mehr rot? Nein. Und schmeckt auch nicht nach Tee? Nein, das probieren wir jetzt aus. Zeigen mal. Das Wasser wird vorgefiltert und durch eine Membran mit ultrafeinen Poren gepresst. Heraus kommt reines Trinkwasser. Ich schenke euch mal jeder ein Glas ein. Das heißt, Tee hatten wir eingefüllt. Klares, sauberes Wasser kommt raus. Tee sieht das ja jetzt nicht mehr aus. Ja, macht mal den Test. Aber schmeckt das auch nicht nach Tee? Probiert mal. Zum Wohl. Dankeschön. Oh, das schmeckt gut. Einfach nach Wasser. Aber sehr lecker. Das heißt, alles, was im Wasser drin sein sollte, ist hier. Und alles, was nicht im Wasser drin sein sollte, ist jetzt in der Karaffe. Und das können wir so in den Spügel kippen. Weißt du, was super ist, Mario? Wahnsinn. So, wie ich die Möglichkeit habe, ich sage, ich habe eine schwarze Küche, dann möchte ich gerne eine schwarze Front, eine rote, Edelstaat. Passend zur Küche. Passend zur Küche. Aber die hast du super mitgebracht, denn in Weiß passt die einfach perfekt, ne? Genau. Super. Prost, auf eine tolle Überraschung. Danke, Mario. Okay, zum Wohl. $1,000, $2,000. Vielen Dank.